Geh, vorbereiten! Und nicht lachen, vor allem Julian. Auf Band 2 wird... ...sieber hoch. Cheap, ja! Und wir kommen zum nächsten Ramp auf Band 2. Der Liga aus Lubau gegen Jonas Milder aus Kessau. Das Blaue nochmal. Auf Batter 1 jetzt der Merlin Fritsche von Lubau gegen Ligas Martin Trauer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!